Gefällt mir, gefällt mir. Die erste Hälfte ist weg. Ich hole mir Doorbrüder, weil das ist wichtig. Ich kann nämlich jeden Bus treffen, das ist gut, aber dann. Wassermann. Wassermann. Der Ankermann. Führen, äh, okay, nein. Reparier dich. Ich reparier dich tot. Das scheint nichts von all dem. Okay, mach ihn so. Wenn ich daran nicht sterbe, was ich auf jeden Fall tun werde. Ja, natürlich, ja, okay. Okay, er könnte nur was werden. Okay, das wird nichts mehr. Scheiße. Kacke. Hm. Ich denke gerade mal nach. Ähm. Was hatten wir? Den hatten wir noch nicht. Was passiert, wenn ich beim allerletzten Boss sterbe? Komme ich wieder zum allerletzten Boss, oder muss ich die alle hier nochmal besiegen? Okay, natürlich. Okay, den kann... Warum kann man keinen damit treffen? Muss du dir... Okay, auch nicht. Ja, ich kann mal auch... Ja. Ah ja, komm, ich mach dich so. Ich glaube, der hatte keine Schwäche oder so. Er hatte keine Lust, sich die Schwäche anzulegen. War zu faul. Okay, aber... Okay, aber das muss doch nicht gut sein. Was haben wir denn hier? Die Polizei, Mann. Alles klar. Nein, das war's nicht. Dann reparier ich dich jetzt. Stirb. Okay, nein. Geh mal weg. Das hier. Hallo. Lass dich greifen. Okay, anscheinend auch nicht. Äh... Nee. Hä? Da muss das hier sein. Hä? Hab ich denn da mit... Ist der gegen seine eigene Waffe? Ja, stimmt. Der war gegen seine eigene... Nee, es war gar nicht seine Waffe. Psst. Hm. Hm. Stimmt. Das war's nämlich. Ah, sehr schön, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Gut, nächster Boss. Der dürfte das hier sein. Hitman. Oh ja, sehr... Ja, ganz geil, Ben. Der wird dadurch repariert. Das ist ein Scherz, oder? Hä? Okay, dann bist du jetzt... Äh, bist du jetzt so gemacht. Oder von dir hatte ich nämlich die Fähigkeit, deswegen macht das auch Sinn. Ah, ich konnte dich niemals treffen, genau. Du warst nämlich der... Der zu cool für normale Schüsse war. Ich hasse diesen Explosionsradius von den... Wurf... Och. Nein. Ich darf alle neu machen. Das ist euer... Ja, das ist euer Ernst. Komm. Gut, ich hab's verdient. Oh, Mann. Ja. Das finde ich übrigens sehr schön abgepasst. Schöne Musik. Ich muss ihn nicht nur alle machen. Ja, ich freu' mir in Gigs. Geil. Ja. Freu. Yay. Das ist scheiße. Stimmt ja. Kacke. Gegen mal bist du hier anfällig. Du bist die... Komm schon, du musst du auch irgendwas haben. Hier. Mach mal hier. Das interessiert dich gar nicht, wa? Ja, du bist die Repochlor. Okay. Nein. Ich hab kein Wort auf dich. Komm hier. Geh mal weg. Und geh mal weg. Und... Hau ab. Hau ab. Hau ab. Yes. Yes. Exter Boss weg. Ich werde jetzt einfach am Stück durchspielen. Tut mir leid. Ihr werdet wahrscheinlich in 10.000 Parts sehen oder so. Aber ich spiel's jetzt am Stück durch. Das macht keinen Sinn mehr für mich. Ich hol mir meine Waffe wieder. Ich hol mir mein Leben wieder. Und geh wieder hier rein. Hitman. Hitman. Shitman. Aha. Da bin ich wohl immer wieder witzig, wa? Oh, ja. Gut, aber ich hab jetzt nicht gerechnet. Aber ich find's irgendwie ein bisschen unfair. Die können nicht von meinen normalen Schüssen getroffen werden. Gab's eigentlich nie im normalen Mega Man. Okay, der Explosionsradius. Scheiße. Ich muss ihn schaffen, komm. Komm, nein. Lass mich in Ruhe. Ich will sterben. Ich will... Mann, Mann. Mann. Ich will nicht. Nein. Ich mach mich mal eben lauter. Ich hoffe, dass... Oh Gott. Wenn die Aufnahme verkackt ist. Ich schreie. So. Kack drauf. Anker, Mann. Du musst gegen irgendetwas einfällig sein. Nein. 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 Oh, ja. Du musst... ...zu reparieren sein. Ne. Oh, ja. Interessiert ich gar nicht, wa? Äh. Frier ein. Hä? Ich hab doch gar nicht alles verwendet. Ne. Keine Ahnung. Der macht keinen Sinn. Gut, jetzt bin ich also bei den einzigen Bossen, die nur meine Schüsse nicht aushalten. Okay. Scheiße, ich wollte einen anderen. Okay, ich geb mir einfach Mühe. Haha, ich und Mühe geben. Guter Witz, Ben. Ja. Ja. Drei. Du schwimmst. Ja, so läuft das doch. Ja, schwimm ruhig nochmal. Schwimmen ist übrigens gesund. Was ich nicht wusste... Oh, scheiße. Okay, ich schwimm, ja. Aufladen. Okay. Das war jetzt nicht so gesund für mich. Okay. Wir müssen mal noch ein paar Enka... Enka, Ankats? Keine Ahnung. Ach komm, es war so knapp. Ich will meine E-Tanks nicht verschwinden. Ich will mir die für den letzten Boss aufheben. Ich werde die jetzt nicht einsetzen. Ich kann halt so oft probieren, wie ich möchte. Und da will ich jetzt hier meine vier E-Tanks verbraten. Ganz ehrlich. Und wenn ich... Ja, okay. Macht keinen Sinn. Ja, okay. Ich werde dann, wenn ich... Wenn wir den letzten Boss besiegt werden, würde wir hier eischeinen. So. Dann, äh... Ab geht's. Ja, ich hab jetzt den Enka ausgewählt. Ist mir egal. Schauen. Ja gut, macht mir noch Schaden. Und das war so einfach. So einfach. So einfach kann's gehen. So. Ähm... Ah genau. Aufladen. So. Boah, ich hoffe, die Aufnahme ist was geworden. Wenn nicht, ich schreie alles zusammen. So. Du bist der Letzte. Was mach ich mit dir? Ich hab nix. Ich muss den so machen. Ja, und suchst mal gar nicht. Kommst du hier bitte nicht runter? Danke. Okay. Ja, dass er so random irgendwo aufhört. Das kotzt mich an dem Boss an. Dass er aufhören kann, wo er möchte. Er hat kein klares, äh... Bewegungsmuster. Das geht in so einem alten Spiel eigentlich gar nicht. Also in einem Spiel, das halt so alte Spiele angelehnt sein soll. Ich hab nicht losgelassen. Ich hätte ihn besiegen können. Ich hätte ihn gerade gefasst gehabt. Ja. Scheiße. Es ist so knapp. Es ist so scheiß knapp. Ich trinke auch immer. Mein IP ist mir jetzt egal. Mh. Weil das Spiel... Erfordert einfach drastische Schramm-Maßnahmen. Ja, ich trinke ja Wasser. Also nicht, dass ich jetzt hier so... Oh, ich trinke mir jetzt hier so schön Wodka... Oh, ja. Nein. Aber... So generell finde ich halt so Geräusche so... Nom-Nom. Und so weiter. Ja. Genau solche Geräusche. Na, die mag ich im IP eigentlich nicht so. Weil... Gehört sich nicht. Deswegen. Okay. Äh... Okay. Da bist du. Oh, scheiße. Ja gut, was kann ich noch so erzählen? Scheiße. Ähm, ich hab gerade langes Wochenende. Das ist toll. Ich bin gerade heute am Tag der Deutschen Einheit. Nehme ich das hier auf? Ich hab da echt mit der falschen Betonung gesagt, wa? Ich muss den ja treffen irgendwann mal. Ich werde... Ich will jetzt nicht an dem sterben. Ja, ich hab ihn geschafft. Ich bin so gut.